Aber Kommentar-Wars wird anders anmoderiert. Wie denn? Schon immer. So komisch halt. Ja, so komisch. Halt mit mehr Panasch. Warum möchtest du das denn nicht anmoderieren? Weil ich es immer anmoderiere. Hallo und herzlich willkommen zu Kommentar Wars 4.0. Das war jede Menge Panasch. 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 Bingo. Haarfahren. Kommen wir zum ersten Kommentar. Hoppla. Habe ich das Intro vergessen? Achso. Intro. Carinthian Wizard. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass eure Stärken in den supergeilen Kurzfilmen liegen. Die Gaming-Videos gucke ich zwar an, aber ich hoffe immer noch, dass ihr mehr Kurzfilme bringt. Die meisten sind einfach Mega-Burner. Smiley. Okay, für Zocker, die auf neue Spiele abfahren, sind diese Clips sicherlich interessant. Ich, als alter Sack, hänge noch immer in den 80ern und 90ern fest. Smiley. Wie war die Frage? Er möchte mehr Kurzfilme. Findet aber es anscheinend gut. Er denkt, dass es interessant ist für Zocker, das zu sehen, aber Kurzfilme findet er besser. Keine Frage. Er hängt in den 80ern und 90ern fest. Martin, werft das Auto an. Wir holen dich da raus. Das ist ein Netzing. Habe ich doch. Ja, kannst hauern. Okay, Finn, werf die Z-Maschine an. Wir müssen zurück in die Vergangenheit. Ich hol den Präludien. Präludien steht da. Ich hol den Präludien. Ich gehörts. Jetzt hol mal den Präludien. Okay. Um mal ernst auf deine Frage zu antworten. Wir mögen die eigentlich auch nicht. Wir machen das einfach so, haben ein bisschen Spaß dabei und wir denken einfach, ja, vielleicht auch damit aber. Das war ja wohl nichts. Frage beantwortet? Frage beantwortet. Hä? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Der Präludien ist ja da. Kommt jetzt auf Better Life Production. Wie? Wir reden dazwischen. Merkst du das? Better Life Production. Na, da bin ich ja mal gespannt. Doppelpunkt, großes D. Wow. Ey, das war meine Rolle. Geister! Da gebe ich dir recht. Better Life Production. Ähm, Horrorfilme sind und bleiben einer der schwersten Genre überhaupt, weil man kann ja relativ schnell von einem Horrorfilm ins lächerliche abschweifen. Und ich hoffe, dass wir das nicht so krass gemacht haben in deinen Augen, weil wir drehen ja jetzt im Urlaub und das heißt, dass der Horrorfilm schon lange rauskam. Okay. Nächstes Kommentar von Baba Blabla. Ich habe mich unterbrochen. War es doch schon fertig, oder nicht? Aber! Wir haben in der Planung noch einen richtigen Horrorfilm, nicht wahr, Mathi? Ja. Ja. Etwas ernster sein soll, als alles andere... Halt ihn nicht auf! Oh! Nein! Können wir weitermachen? Zum DeLorean! Präludien! 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 Wir sind Präluders! Präluders! Ja, können wir weitermachen. Also! Baba Blabla! Baba Blabla! Witzigerweise habe auch ich zwei Kurzfilme produziert, die unter anderem 3AM und Fidget Spinner als Thema aufgegriffen hatte. Punkt. Smiley! Bin gespannt! Der Trailer ist schon mal klasse! Däumchen hoch, Zwinker-Smiley! So! Baba Blabla! Geil! Geiler Name! Geiler Name, oder? Jo! Gibt's ein schönere Thema als Fidget Spinner und 3 Uhr nachts! Pranks! Es muss nicht 3 Uhr nachts sein, damit komische Dinge passieren! Nein, das ist jetzt 17 Uhr, glaube ich! Nein, 18 Uhr! 18 Uhr! 18 Uhr! 18 Uhr! um die Uhr! Und sehr gut, dass ihr Trainer gefallen sind! Hat! Sei gespannt, wie das Konzept der komplette Ding wird! Es kam schon raus! Fuck! Stimmt, wir sind ja im Urlaub! Wir sind jetzt in der Zukunft! Also, es ist schon passiert! Zum Prälodion! Zum Prälodion! Zum Prälodion! Zum Prälodion! Zum Prälodion! Haaaaaaah! Nächstes Kommentar. Max und Maggie, da sind wir wieder aus dem Urlaub zurück. Um diese Dinger kommt keiner rum. Wir auch nicht. Aber ihr machtet alle klasse. Und wir lieben euch für eure Unterhaltung. Däumchen hoch. Schön, dass ihr wieder aus dem Urlaub zurück seid. Das freut mich. Alter. Schön, dass ihr wieder aus dem Urlaub zurück seid. Lass mich. Weil wir sind jetzt auch Max und Maggie und Shaggy und ... Reggy. 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 Wir hoffen, dass ... Erstmal vielen Dank, dass euch unsere Unterhaltung gefällt. Das bedeutet uns sehr viel. Danke. Sehr, sehr viel. Wir hoffen, dass unsere Autogrammkarte bis dato auch schon angekommen ist. Wenn ich es endlich mal schaffe, Leute, da mal einen Punkt zu kriegen. Ich hab die Klamotten dann auf der Autogrammkarte. Ja. Die wurden nicht heute gemacht. Nein! Nein, 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 wir sind professionelle Unterhörungen. Wir können uns keine Klamotten leisten, weil wir arme Schlucker sind. Ja. Habt ihr noch irgendwas? Schön, dass ihr wieder da seid aus dem Urlaub. Wir sind jetzt gerade im Urlaub, wenn ihr das seht. Ja. Oder? Sind wir da schon wieder da? Nein, nein, wir machen einen Wechsel. Wir machen einen Wechsel. Wir machen einen Wechsel. Nein. Ulach. Es ist schön, dass ihr nicht drumherum kommt um uns. Das finden wir auch toll. Voll... Panasch. Panasch. Keiner kommt drumherum, Mann. Keiner. Also, Präludas. Präludas? Zum Präludien. Zum Präludien. Los! Präludien. 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 Das war's. Schön. Danke. Das Gesicht hast du dir jetzt mal liebt. Mal ein sehr schneller, kurzer, aber lustiger Dreh. Also, jetzt bin ich gar nicht, ne? Das Ganze teolten ist ja gut. Das Ganze ist ja gut. Vielen Dank.